Hier steht unsere sechste Adventstüte. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich weiß schon, was uns erwartet. Rehfleisch aus der Region. Das Besondere daran, viele wissen gar nicht, dass wir Reh in der Wildsaison handeln. Wir bekommen das von den Wildkammern, direkt von den Jägern, ziehen die Tiere selber aus, zerlegen die selber und verpacken die euch. Reifen die euch im Vakuum und ihr habt wirklich ein top frisches, küchenfertiges Erzeugnis. Egal ob ihr Reh, Hirsch, da nehmen wir allerdings nur die jungen Tiere, also Hirsch, Kälber oder Spießer. Beim Wildschwein ist es so eine Sache, ich glaube da schießen Jäger ein wenig öfter daneben. Das ist immer ein bisschen zu tricky. Bei uns gibt es da nicht so viele, wo sie immer drauf leuchten können. Deswegen Wildschwein ist ein wenig so eine heikle Sache, da ist die Wahrscheinlichkeit für Weihnachten nicht so groß, dass wir da was für euch haben. Aber Reh und Hirsch kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Wenn ihr es vorbestellt, bekommt ihr es garantiert zu Weihnachten. Da sorge ich dafür. Und deshalb rechtzeitig vorbestellen. Euren Rehrücken, eure Rehkeule, euer Hirschrückenfilet, euer Hirschgulasch. Wir haben es. Einfach Bescheid geben. Schreibt uns E-Mail, ruft uns an. Wir beraten euch gerne. Aber bitte kommt nicht erst zwei Tage vor Weihnachten. Deswegen. Nächste Adventstüte gibt es morgen wieder. Nichts verpassen. Abonnieren. Glocke an. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin.